Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Nicht aufgeben, auch wenn mal die Hütte schüttelt. Auch wenn mal du sagst, das kann es nicht sein. Gib nicht auf. Gott bringt dich an einen neuen Platz. Dorthin kannst du nicht mit deinem alten denken. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich, persönlich, ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ihr wisst, Olympiaden haben solche Begrenzungen, wie soll ich sagen, die Streckenrekord. Auf der Bahn kann man in so vielen Sekunden so schnell laufen und überall gibt es irgendwelche Einschränkungen. Das heißt, das war schon sehr gut, aber hier gibt es eine Grenze. Also bei mir schon beim Streckenrekord Leichtathletik ist die Grenze sehr klein. Also wenn ich schneller werde, dann habe ich den Eindruck, die Füße fallen weg. Aber das ist nicht mein Ding. Aber es gibt Leute, die richtig stark sind, auch in Leichtathletik. Und da gibt es zum Beispiel den Sir Roger Gilbert Bannister. Und da steht in Wikipedia, und das war sehr interessant, er hat viele Mittelstrecken gerannt und hat auch viele Preise gewonnen. Er hat mal eine Bronzemedaille bekommen, er hat mal den vierten Platz bekommen. Und er war schlichtweg immer gut, aber er war nicht der Beste. Und er hat sich vorgenommen, den Weltrekord von einer Meile, wie schnell man den rennen kann, zu überbieten. Und hat sich das so fest vorgenommen, hat trainiert. Und am 6. Mai 1954 hat er dann jeglichen Rekord überboten und hat das getan. Und dann hat er gesagt, ich habe mein Ziel erreicht. Und dann hat er sich vom Sport zurückgezogen. Was mir das zeigt, ist, wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Nicht, Herr, wie schön. Ja, wenn du nur das reichhaltige Programm, wie in der Cafeteria, will ich jetzt Fisch oder will ich jetzt Fleisch, will ich ihn warm, will ich ihn kalt, will ich Medium oder well done oder was auch immer. Nein, ich will das so. Und das will ich erreichen. Und ihr Lieben, ich glaube, da müssen wir auch hinkommen, wie wir auch hier. Dieses ganze Zentrum ist eigentlich nicht entstanden, weil mein Vater gesagt hat, wir bauen ein Zentrum. Und dann die Architekten bestellt hat und ihnen gesagt hat, Leute, wir bauen ein Zentrum. Da waren ganz klar, er hatte die Vision von einer Kirche mit 2000 Leuten, hatte er mit, wo noch 35 Leute bei uns im Gottesdienst waren. Und hatte gesagt, es wird geschehen. Und es hat ihm außer der Familie kaum einer geglaubt. Und es sitzt mittel drin in diesem, was geschehen ist. Aber wie viel auf der Strecke war so Entmutigung. Leute, die entmutigt haben. Leute, die Gegenpropaganda gemacht haben. Und ich sage dir, entscheide dich für das, was du erreichen möchtest und deine Berufung ist. Und bleibe dran, sie wird geschehen. Wichtig ist, was ich auch am letzten Wochenende wieder so wahrgenommen habe. Dass wir das, was wir erreichen wollen, aussprechen. Was sagt der Christ? Der Herr weiß eh alles. Und wenn er will, kann er es tun. Nein, sprich es aus. Proklamiere es jeden Tag. Ich danke, Herr, dass ich das erreichen will. Danke, Herr, dass das Ziel mein Ziel ist. Proklamiere es jeden Tag. Denn das gesprochene Wort hat Macht. Was ist dein Unmögliches, für das du dich entschieden hast, dass es möglich wird? Und ich bin überzeugt, wenn ich durch die Reihen gehen würde, dann würde kommen, ja, oh, habe ich, ja, vieles. Oh, da könnte ich eine ganze Liste machen. Ja, sag eins. Und ich glaube, dass wir heute uns entscheiden müssen, dass wir uns entscheiden für ein Ziel. Sonst ist es langweilig. Sonst ist es langweilig. Ihr Lieben, das fängt im Sandkasten an, wenn du deine Eimerchen, deine Förmchen hast, nämlich jetzt das Gelbe, das Rote oder das, ach, ich weiß nicht. Es wird nichts, wenn du dich nichts entscheidest. Gott hat sich schon lange entschieden, aber du musst dich auch entscheiden. Wie war es denn? Ich habe eine tolle Geschichte gehört, diese Woche. Und zwar hat, wo die Präsidentschaftswahl war in Amerika, hat ein Bewerber sich so bemüht, bemüht, alles richtig zu machen und wir ändern das und wir ändern jenes und das wird geändert und das wird geändert und da wollen wir Änderung. Und dann kam der andere und hat gesagt, und wir fliegen zum Mond. In der Zeit, wo man das für unmöglich gehalten hat, der hat das gewonnen, obwohl wahrscheinlich die anderen das bessere Programm hatten, weil die wollten wirklich im Detail das auseinandernehmen. Und ich sage dir, du brauchst auch für dein Leben so einen Mondflug. Nicht da hoch zum Mond und sagen, nee, Astronaut will ich nicht werden. Nein, du brauchst so ein Ziel, wo du sagst, nur mit meinem Gott wird das möglich werden. Nur mit meinem Gott wird das möglich werden. Für Menschen gab es immer wieder Grenzen und es wurde bewiesen, diese Grenzen kann man überschreiten. Und ich war auch so einer oder ja, bin ich eigentlich heute noch, geht nicht, gibt es nicht. So und wenn irgendwo was war, auch während dieser Bauzeit von diesem Haus, ich war immer dran, das ist zwar unmöglich, aber es muss eine Lösung geben. Aber was ich dir sagen möchte, bleibe dran. Hab ein Ziel vor Augen, das du erreichen möchtest. Wir hier haben das Ziel, dass die Gegenwart Gottes so da ist, dass Zeichen und Wunder kein Problem sind. Zeichen und Wunder kein Problem sind. Ja, wie ich schon ein paar Mal in den Predigten sagte, ich hatte ein wunderbares Erlebnis auf dem Schiff, wo Gott mir Dinge gezeigt hat und auch gezeigt hat die Vision, wie es weitergeht. Dass Gott unsagbare Dinge vorhat mit uns und in unserem Land. Und wir haben eine ganz neue Berufung bekommen, für unser Land da zu sein und wirklich das weiterzugeben, was Gott für unser Land hat. Und das ist wunderbar. In Joshua 3, Vers 1 heißt es, jedes Gebiet, in das ihr vordringt, gehört euch. Jedes Gebiet, in das ihr vordringt, gehört euch. Nicht der Garten von deinem Nachbarn. Ich meine es geistig. Jedes Gebiet. Und ihr Lieben, es ist nicht so, dass wir sagen, ja, das alles, was ich habe, ist ganz gut. Nein, jedes Gebiet, in das ihr vordringt. Eine andere Übersetzung heißt es, das Gebiet, den Boden, auf den ihr eure Füße stellt, gehört euch. Das sage ich dir, das ist wichtig für deine Zukunft. Habe dein Ziel vor Augen. Und du hast vielleicht momentan, dein Spielfeld ist so groß und sagst, ach, das ist doch ganz gut. Das reicht mir und du kennst deine Grenzen. Du darfst aber das Ziel erweitern. Und den Platz, wo du deine Füße draufstellst, das gehört dir. Nimm geistiges Land ein. Nimm geistiges Land ein. Nimm Land ein. Das ist wichtig. Was für ein Wunder brauchst du? Was für ein Wunder brauchst du? Ich sage dir, definiere das Wunder. Definiere das, was du brauchst und bleibe dran. Proklamiere es jeden Tag. Es wird in Erfüllung gehen. Die Lösung wird kommen. Deine Grenzen, unsere Grenzen ist der Verstand. Wenn wir sagen, ja, ist noch nie passiert. Gott wird Neues schenken, was noch nie passiert ist. Gott wird Grenzenloses schenken, was noch nie passiert ist. Beginne zu träumen. Beginne zu träumen, was möglich sein kann. Beginne zu hoffen. Beginne zu glauben. Deine Grenzen sind nicht Gott. Und du sagst, ja Gott, ich glaube nicht, dass er das kann. Nein. Deine Grenze ist auch nicht der Teufel, auch der böse Teufel. Nein. Wenn du ein Ziel erreichen willst und bist im Glauben an den lebendigen Gott, dann wirst du es erreichen. Das Ziel, das Gott für dich bereit hat, du wirst es erreichen. Nur unser Verstand sagt, ach, jetzt habe ich es so lange probiert und ich kenne so viele, wo es nicht funktioniert. Unser Verstand bremst den Glauben aus. Was haben dir schon Experten gesagt, warum was nicht geht? Ich sage dir, Glaube geht nicht, gibt es nicht. Mit deinem Gott, mit meinem Gott kannst du über Mauern springen. Ja, du musst dich mit dem abfinden, wie es dir gerade geht. Nein, nein, nein. Du musst dich mit dem abfinden, was Gott für dich tun kann. Und das ist eine Dimension, die du dir nicht vorstellen kannst. Das ist so wunderbar. Römer 8, Vers 31 heißt es, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn Gott für dich ist, das ist die Bedingung. Das heißt, wir müssen mit Sünde aufräumen. Wer kann dann gegen dich sein? Wer kann dann gegen dich sein? Ja, der und der und mein Chef und so weiter. Nein, wenn Gott für dich ist. Die Kapazitätsschranken müssen wir selbst brechen im Glauben. Sagen, nein, das ist nicht meine Grenze. Meine Grenze tue ich weiter, weil hier, ich nehme Land ein, weil hier ist zum Beispiel meine Heilung, hier ist mein neuer Job, hier ist mein, was auch immer, dein Ziel. Und nicht sagen, nicht sagen, oh Herr, oh Herr, das wäre schön dort. Und ja, also das wäre ja ganz gut. Und nein, nimm im Glauben Land ein, in der geistlichen Welt. Nimm Land ein und sag, ja Herr, und wenn es nur bei mir passiert, aber du wirst es machen. Setze neue Standards für deine Familie. Setze neue Standards für deinen Glauben. Setze neue Standards für dein Leben. Es gibt so vieles, was uns niederdrückt. Es gibt so vieles, was uns schockiert. Aber geh durch dieses Tal, aber komm wieder raus. Bleib nicht im Tal und grabe nach, wisst ihr, wie die Schweine graben doch nach den Trüffeln, ja. Und sei nicht so ein, ich grabe nach, nein. Komm wieder rauf, komm wieder rauf und sag, ja, mit meinem Gott wird es gelingen. Und wenn drei Täler dazwischen sind, es wird gelingen. Glaube es. Aber bleibe bei dem lebendigen Gott. Was ist dein Vorbild? Die Altersarmut? Die Arbeitslosigkeit? Meine Erbkrankheit, sagst du vielleicht? Ist das dein Vorbild oder ist dein Vorbild der lebendige Gott, mit dem du wirklich alles tun kannst? Das ist deine Entscheidung. Das Volk Israel hatte 400 Jahre Sklaverei. Und sie kamen frei, aber sie hatten immer noch diese Sklavenmentalität. Den Blickwinkel eines Sklaven. Den Blickwinkel auch von Sünde. Und sie haben ja dann auch das goldene Kalb gebaut. Sie hatten immer noch den Sklavenblickwinkel. Es geht nicht. Und ich mache es wie immer. Und Hauptsache, ich habe das, wie es immer war. Ich sage dir, Gott hat Neues. Trau dich, trau dich, trau dich. Wie ein Mose einmal auf den Felsen geschlagen hat, wo es Gott gesagt hat, und Wasserfluss. Das kann es doch gar nicht sein. In der Wüste. Das kann doch nicht sein. Unter den Felsen mit dem Stock schlagen. Das ist doch lächerlich. Mach das, was Gott sagt, und es wird gelingen. Mach das, was Gott sagt, und es wird dir gelingen. Du hast vielleicht dann Neider, aber die, die Neider haben, die haben ja was gewonnen. Die haben ja was, was andere nicht haben. Aus einem 11-Tage-Marsch bei den Israeliten, was es hätte sein können, machten sie 40 Jahre. Du hast vielleicht schon 50 Jahre gemacht. Ich sage dir, hör auf, immer im Kreis herum zu gehen. Geh vorwärts und nimm Land ein. Nimm das Ziel ein. Geh dem Ziel entgegen und geh nicht immer am Kreis herum. Sagst du, ach, schön. Ach, guck mal, das wäre schön. Nein, nimm Land ein. Das Alte war gut, aber ich sage dir, das Neue ist besser. Und Gott wird nicht das Alte hochpolieren, Gott wird Neues geben. Gott wird Neues geben und das ermutigt mich so. Es ist die Zeit für Neues in deinem Leben. Der Neue, das Neue ist nicht eine Kopie vom Alten. Wisst ihr, wir haben alle Kopierer und wir tun in unserem Leben auch so viel kopieren. Ach ja, das hat der erlebt, will ich auch. Das ist ja zunächst mal nicht schlecht. Aber das, was Gott schenkt, ist Neue. Ist was Neues. Und ich habe in meinem Leben gelernt, heute ist es sehr schwierig, eine Kopie vom Original zu unterscheiden. Gott möchte nicht sagen, was ich dem anderen gegeben habe, gebe ich dir auch. Nein, ich gebe dir was Neues. Was wo zu dir passt, was auf dich angepasst ist. Ich gebe dir das Neue. Möchtest du etwas Neues? Verpasse nicht das Großartige von deinem Gott. Er möchte dir Großartiges geben. In Jesaja 61, Vers 7 heißt es, Ihr sollt doppelt so viel zurückerhalten, wie der Feind euch weggenommen hat. Als sie solche Schande über euch brachten, anstatt euch weiter zu schämen, dürft ihr euch für immer freuen über euer Erbe in Kanaan. Wir dürfen uns freuen. Ihr Lieben, die Schande ist von uns genommen. Die Schande ist genommen, wenn Gott uns vergeben hat. Und der Feind möchte dir immer wieder Scham gedanken. Ja, das kannst du doch nicht und du bist doch sowas von schlecht. Nein, ich sage dir, es ist von dir genommen, wenn du mit Gott aufgeräumt hast. Wenn du dein Denken veränderst, wird Gott dein Leben verändern. Wir müssen unser Denken verändern. Ihr Lieben, es ist nicht das positive Denken, sondern das Denken, dass Gott grenzenlos ist. Dass wir nicht das alles so einengen. Gott sieht deine Herzenshaltung. Gott sieht, wie du mit umgehst. Wir können mit dem Mund sagen, groß und herrlich und grenzenlos. Wenn aber das Grenzenlose hier drin nicht ist, wird es nicht funktionieren. Das Grenzenlose sollte in deinem Herz funktionieren. Möchtest du dein Denken verändern? Deine eigenen Grenzen? Manche Menschen haben eine, mir reicht, was ich habe. Och, wie viel habe ich da schon gehört. Mir reicht es, was ich habe. Ich bin zu froh, wenn ich jeden Tag aufwache und alles. Ihr Lieben, das ist eine demütige Haltung, aber es gibt nicht nur Geld, sondern es gibt auch der geistige Bereich und da möchte ich viel, viel, viel mehr haben. Da gibt es so viel mehr. Du auch? In Jesaja 54, Vers 2 heißt es, vergrößere dein Zelt. Spann die Zeltdicken weiter aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Also verlängere, verlängere die Seile, verlängere die Seile und ich laufe jetzt nicht weiter, sonst bin ich aus dem Bild. Verlängere, vergrößere dein Gebiet, dein geistiges Gebiet, damit der Herr dir mehr geben kann. Wie war es denn bei der Witwe, wo Elia war, da kam das Öl und hat geheißen, bring Krüge. Sie hat viele Krüge gebracht, auch von den Nachbarn. Aber was war, wo alle voll waren, dann hörte es auf. Und ich glaube, so mancher unter uns, der hat so einen engen Raum, der hat so einen engen Raum, dass wenn Gott, dass wenn Gott dir was geben möchte, läuft es immer drüben raus. Und ach ja, ich bin so eingeengt und hä, hä, ich bin ja demütig, aber ich sage dir, der Herr sagt, nimm Land ein, mach deinen Bereich größer, mach ihn größer und das darfst du tun. Ist das nicht wunderbar? Bist du ein Vorbild für Gottes Größenordnung? Ist die Kraft Gottes bei dir am Wirken? Kann sie wirken? Planst du die Zukunft oder bist du voll Furcht? Wenn ich es ganz eng zusammen habe, ach ja, alles ist so schlimm. Oder planst du die Zukunft und sagst, es sieht so schlecht auf dieser Erde aus. Die Politiker kommen nicht mehr miteinander aus. Jeder schiebt nur noch auf den anderen. Es ist grauenhaft. Du kannst das den ganzen Tag sagen oder kannst sagen, und dennoch, Herr, und dennoch, jetzt ist die Zeit, wie es in der Bibel heißt. In den letzten Tagen wirst du deinen Geist ausgießen. Wird großartiges geschehen, werden Zeichen und Wunder geschehen, die noch nie da waren. Was, über was sprichst du? Was ist dein Reden? Was ist dein Reden? Bist du wirklich ein Vorbild oder bist du so zurückgezogen und sagst, naja, oder von deiner zurückgezogenen Haltung bestimmst du, was die anderen falsch machen? Wenn Gott ein Wort spricht, ist die Kraft drin, es umzusetzen. Wenn Gott spricht, er hat nur gesprochen, es werde Licht. Ja, wir hatten so viel Licht diesen Sommer, dass wir richtig heiß hatten. Es war so ein genialer Sommer, weil Gott gesprochen hat, es werde Licht. Die rechte Seite, der war es warm, die linke hat es noch nicht mitbekommen. Okay, ja, wir müssen mit Gottes Willen übereinstimmen. Gott bringt dich an einen neuen Platz. Dorthin kannst du nicht mit deinem alten Denken. Mit deinem alten Denken, mit all dem alten, haben wir immer schon so gemacht, haben meine Mutter schon so gemacht. Ich sage dir, wirf das alles über Bord und sage, Herr, Neues von dir, Neues. Keine Schablonen mehr, Neues. Lass Gott die Dinge nennen, die er trennen möchte von dir. Auf der anderen Seite ist etwas Neues. Manche Trennung tut immer weh von irgendwie etwas. Trennung tut immer weh. Aber oftmals muss es sein, dass Neues entstehen kann. Und ihr Lieben, und das ist, da wollen wir uns auch gegenseitig stärken. Wenn es dann weh tut, dass wir sagen, und das muss halt sein, dass Neues entstehen kann. Und ich sage dir, es wird Neues entstehen bei dir. Aber das eine oder andere musst du vielleicht von Gott abtrennen lassen. Gott ist dabei, etwas Neues zu tun. Lass dich an einen Platz der größeren Freiheit führen. Das möchte Gott. Lass ihn die Dinge in deinem Leben benennen. Die Klarheit bringen. Wisst ihr nicht? Nicht die Vernunft, sondern die Klarheit Gottes. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben, auch wenn mal die Hütte schüttelt. Auch wenn mal du sagst, das kann es nicht sein. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Und ich sage dir, das ist, was uns auch gesagt wurde vor einer Woche. Wir brauchen wirklich ein grenzenloses Vertrauen. Und ein bedingungsloses Vertrauen in den lebendigen Gott. Wenn wir mit Gott anfangen, ja, wenn, dann und so weiter. Und so wie man programmiert, wenn, dann, if, else, die, die Englisch können. Und das Ganze vor uns zurück. Wenn das nicht, dann das. Und wenn mein Schwager nicht, dann das. Und wenn ich den Garten nicht bekomme, dann kann ich das Haus nicht. Und wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Bei Gott gibt es kein Wenn, dann, sondern gibt es ein Ziel. Erreiche das Ziel. Erreiche das Ziel. Auf jedem Ort, wo du deine Füße stellst. Das soll dein Land sein. Das soll dein Land sein. Möchtest du neues Land? Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.